Eine Suppe und ich eine Pizza und dann haben wir noch... Hau an! Hier... Wer... Verdammt! Es ist sehr dunkel hier... Uh! Türe! Macht! Und... Aaaaah! Jetzt sind gerade Türe abge-äppelt. Wir haben Türe abge-äppelt. Wir haben Türe abge-äppelt. Mein kleiner Bruder muss Strafarbeit machen. So... Es ist der... Der 26.07. Und es ist jetzt 18.01 Uhr. Und wir sitzen hier gerade draußen. Ist der 26.? Nein? Der 26. Nein. Es ist der 27. Heute ist der 26. Eine Freundin hat von mir Geburtstag. Es ist der 27. Hä? WTF? Heute ist der 26. Nein. Ich meine, rate mal. Du bist so'n Opfer. Es ist der 27. Nein. WTF? Okay. Hallo Jochen? Wir haben die gleichen Schuhe an. Yes. Jaaaah! Caro. Hm? Ich seh' dich! Echt? Es ist der 28. Juli Thürer! Let's go! Na du Opfer! Das ist fleißig! Filmst du gerade schon? Nee, Quatsch! Ich durche nicht! Was ist denn? Na du Opfer! Würste 3566! Du weißt, was du dann machen musstest! Ich weiß, dass du... Yes! Du bist ein Opfer! Eine Gummibürste! Du bist gerade tot im Haus gelatscht, glaube ich! Der Mund leidest nämlich nicht auf! Das ist ja wirklich eine tote... Reicht dann auch wieder bei heute noch? Na Thürer, hast du Bock? Was? 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 Wie? Ich hab's hart! Oh! Outtakes! Hahaha! Hahaha! Ja, alles gut! Ich lauf! Du kannst vorhin einen schönen Screenshot draus machen eben! Ja, einmal durch. Sechst die Aufnahmen von deinem Kuh. Ja, okay, die Aufnahmen vom Weg. Bravo jetzt. Wenn ich noch drehe, ich drehe noch. Ich drehe noch. Es ist der... Es ist der Hoffendunsch. 22. Was ist das? Ich will Lucy, wenn ich den Finger steigen würde. Sarah, der wievielte ist denn heute? Okay, danke. Ich will Lucy. Gut清